In England gilt das Sprichwort My Home is My Castle und der deutsche Spruch Trautesheim Glück allein ist weniger cool, aber beschreibt die eigenen vier Wände ebenso als besonderen Ort zum Auftanken, Zurückziehen, Gemütlichkeit, Familienzeit oder sich sicher fühlen. Zumindest wünscht man das jedem. Beim Thema gefühlter Sicherheit dagegen haben in den letzten Jahren die elektronischen Luftreiniger nicht nur in Arztpraxen und Klassenräumen einen beispiellosen Siegeszug hingegelegt. Der Hersteller Ecovacs hat das Konzept Luftreiniger jetzt revolutioniert. Verglichen mit dem, was Luftreiniger bisher konnten, ist der Airbot Z1 ein Ferrari mit einem beispiellosen Repertoire an Möglichkeiten. Haltet euch fest, wir testen das Gerät und danken dem Hersteller für die Unterstützung. Kurz Tiefluftholen. Der Kaufpreis liegt bei 1500 Euro UVP und zwar in der Grundausstattung. Ihr schaut euch also ein Video der Kategorie Sky End an, denn Luftreiniger gibt es bereits für rund 100 Euro. Was den hohen Kaufpreis rechtfertigen soll, ist aber nicht nur Luxus, sondern ein riesiger Funktionsumfang. Fangen wir mal ganz entspannt mit dem Luftreinigungssystem an. Bakterien und schädliches Formaldehyd werden entfernt. Im Unterschied zu anderen Geräten werden die Partikel aber nicht nur gefiltert, sondern durch UV-Licht sterilisiert. 99,9% der Bakterien, darunter auch bekannte Erreger wie H1N1, Staphylokokken oder auch Ecolibakterien werden abgetötet. Die Luftqualität wird mit einem VOC-Sensor überwacht. Ein CO2-Sensor sagt euch sicher was. Ein VOC-Sensor kann dagegen eine Vielzahl von Parametern überwachen, zum Beispiel die generelle Feinstaubbelastung durch die Einheit PM2.5. Der Wert PM2.5 beschreibt Partikel, die kleiner oder gleich einer Größe von 2,5 Mikron sind. Das kennt man auch als Feinstaub und ist deswegen gesundheitsgefährdend, weil diese ultrakleinen Partikel tiefer in die Lunge eindringen und Gewebe nachhaltig schädigen können. Diese Belastung zeigt das Gerät also über ein Display an. Hier habt ihr eine Tabelle, um das mal richtig einzuschätzen. Ansonsten wird die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur gemessen und es gibt Status-LEDs über weitere Funktionen, die wir jetzt besprechen. Denn ihr könnt den Airboard Z1 zum multifunktionalen Alleskörner upgraden. Da wäre zum Beispiel ein Luftbefeuchtungsmodul, was in den Wintermonaten für eine angenehme Luftfeuchtigkeit sorgt und diese vor allem gleichmäßig und nebelfrei konstant hält. Und das ist ja das eigentlich Schwierige. Wir wollen weder die trockene Heizungsluft noch ein feuchtes Klima haben, was die Schimmel bildet und begünstigt. Das Modul kostet 99 Euro separat. Ja und wer genau wissen will, wie es um die Umgebungsluft bestellt ist, der kann über den Luftqualitätsmonitor genauere Messwerte einsehen. Denn dieser spiegelt dabei nicht die Werte des Airboard wieder, sondern misst selbst an Ort und Stelle, wo der sich gerade befindet. Kann aber mit dem Airboard gekoppelt werden und den Roboter mit Doppelklick herbeirufen, falls es gerade nötig ist. Schade finde ich, dass dieses Modul nur im Kabelbetrieb per USB läuft. Ich finde, hier würde ja gerade der mobile Einsatz per Akkusinn machen, um mal eben das Gerät mitzunehmen und die Luftqualität im Bereich X zu kontrollieren. Immerhin bekommt man durch das Modul alle Daten in die App geliefert. Ein Lufterfrischer ist ein weiteres Add-on, was man dazu kaufen kann. Dann dezent angewendet eine gute Idee. Ich kenne die Lufterfrischer von Ecovax-Robotern. Die sind gar nicht verkehrt. Es riecht dann halt wie frisch gewischt. Das Gerät ist einfach zu bedienen. Wenn wir die Power-Taste einmal drücken, dann startet die Luftreinigung an Ort und Stelle. Drücken wir die Taste zweimal, dann wählen wir die mobile Reinigung aus und plötzlich bewegt sich die Kiste. Tja, wie der ein oder andere Zuschauer weiß, ist Ecovax ein respektabler Hersteller, smarter Staubsaugerroboter. Das gesammelte Know-how über Navigation und Fortbewegung hat man nun kurzerhand komplett in diesen Airbot Z1 verbaut. Ein Luftreiniger muss zwar nicht zwingend fahren können, dennoch wurde dem Z1 die fortschrittlichste Navigationstechnologie spendiert, die es überhaupt gibt. Nicht nur kann ein Laserdistanzsensor in Sekunden eine Raumkarte erstellen, sondern auch Objekte in 10 Meter Entfernung erkennen. Dazu kommt eine Kombination aus Kreuzlaser und Kamera namens True Detect, um kleinste Gegenstände präzise zu erkennen. Das Lustige daran ist ja, dass andere Luftreiniger überhaupt nicht fahren können, sondern plump irgendwo hingestellt werden. Und dieser super smarte Z1 hier bis an den Rand gespickt mit Sensoren fröhlich durch die Gegend guckt. Kamera, optische Sensoren, Abstandssensoren, Absturzsensoren. Der Begriff Luftreiniger ist falsch, denn das ist nur eine Funktion unter vielen. Es gibt sogar eine 3D-Karte, auf der wir Möbel platzieren können. Hochintelligent, aber auch haptisch gut gemacht, denn das Modell lässt sich gut von Hand anheben und bewegen. Der Airbot bietet sogar Entertainment-Features und kann Musik mit ordentlichem Sound wiedergeben. Stereo-Lautsprecher wurden verbaut. Wir haben zwei 7-Watt-Soundboxen und sofern ihr das wollt, folgt euch der Roboter durch die Wohnung, um sich durch einen Winkel-Tracking-Modus immer im akustisch perfekten Winkel zu positionieren. Ja, anders als ein Staubsauger-Roboter arbeitet das Gerät dann kaum hörbar, ausgenommen bei einer starken Verunreinigung. Übrigens kann das Gerät auch als zweidimensionaler Wecker verwendet werden. Der D-Bot Z1 weckt einen zur Wunschurzeit dabei nicht nur mit Musik, sondern auch mit Duft, wenn ihr das wollt. Und es gibt Einschlaf-Modi mit Musik oder auch Geschichten. Aber wir werden gerade erst warnen. Das fahrende Luftreinigungssystem reagiert auf Sprachbefehle. Sechs Mikrofone sind einmal rundum verbaut und die Sprachsteuerung namens JECU hat sogar Vorteile gegenüber Google oder Alexa, weil man die nicht erst konfigurieren muss, sondern die direkt verwendet werden kann. Durch eine Vielzahl von Sprachbefehlen ist das auch ein echter Mehrwert. Ebenso ist eine Kamera mit an Bord. Per App können wir live auf diese Kamera zugreifen, das Gerät steuern, Videoaufnahmen machen und auch als mobile Sicherheitskamera einsetzen, die Tag und Nacht Fotos mit einer 69p-Kamera schießt. Wir denken, wegen der Privatsphäre kann man bei dieser riesigen Menge an Datenpunkten niemanden verübeln. Aber der TÜV Rheinland hat das Gerät geprüft und gibt hier Entwarnung. Das kann unbedenklich genutzt werden. Übrigens, über die Videofunktion könnt ihr sogar mit den Hausbewohnern telefonieren. Das ist alles ziemlich verrückt. Und ansonsten nehmt ihr alle Einstellungen am besten über die App vor, denn dort könnt ihr manuell bestimmen, wie stark das Gerät arbeiten soll oder diese Einstellebene dem Gerät selbst überlassen, der das dann anhand der Luftqualität macht. Gleiche Einstellung könnt ihr für die Module Luftbefeuchtung und auch Lufterfrischung vornehmen. Ansonsten gibt es generell vier Reinigungsmodus. Das ist einmal die Grundreinigung an Ort und Stelle. Dann die Bereichsreinigung, bei der ihr dem Roboter ein Areal zuweist, wo er dann hinfährt und reinigt. Die Punktreinigung, bei der ihr den Roboter direkt an einen Punkt, zum Beispiel in den Herbst schickt. Oder auch die mobile Reinigung. Hier fährt der Roboter Step für Step alle Bereiche ab und reinigt da, wo es gerade notwendig ist. Der Verwalter in einigen Minuten und wechselt dann den Ort, sofern die Luftqualität top ist. Ja, was sind so meine Praxiseindrücke über den Z1? Also, wenn man nur einen Luftreiniger erwartet, dann wird man komplett überrannt von den Fähigkeiten, die dieses Gerät letztendlich hat. Eco-Wax hat bei diesem Modell schweres Geschütz aufgefahren. Das Produkt ist so innovativ, dass es für einen Produkttester für mich eine Herausforderung ist, dem Ganzen gerecht zu werden. Den Airboard Z1 beschreibt man am besten als intelligenten Haushaltshelfer. Es fehlt nur noch, dass das Modell staubsaugen kann und ich bin mir sicher, dass diese Funktion in Planung ist. Die Luftqualität wird automatisch gemanagt und das ist so smart, dass der Sensor des Roboters beim Kochen sofort die veränderte Luftqualität erkennt. Da ging es dann auf 50, 60 bm 2.5 hoch und der Airboard fährt dann in die Küche, stellt sich neben den Herd und fängt an zu arbeiten. Das hat mich fasziniert und heute Morgen habe ich gesehen, da war der Feinstaubwert bei 10. Dann drücke ich die Starttaste und habe dann ein besseres Gefühl. Gleichzeitig ist das Modell alles andere als klein und steht im mobilen Modus auch gerne mal im Weg oder auch im Gang. Die Abhilfe nennt sich hier Timer-Funktion, denn am besten gibt man dem Modell wie bei einem Saugroboter feste Zeiten, wann der Airboard auf Achse sein soll. Und ebenso wichtig ist, dass man Ruhezeiten festlegt. Bei uns ist das von 19 Uhr bis 8 Uhr morgens, da kommen dann keine Geräusche und auch keine Beleuchtung. Aktuell überlege ich noch das Befeuchtungsmodul nachzurüsten, weil das im Winter mit der trockenen Luft tatsächlich krass sein kann. Wenn man zum Beispiel morgens mit trockenen Augen aufwacht oder auch die Schleimhäute schneller bereit sind, das macht vermutlich Sinn. Das Duftmodul brauche ich auch nicht unbedingt. Auf den Luftqualitätsmonitor kann ich auch verzichten, einfach weil der nur stationär genutzt werden kann. Ansonsten kann ich mir schon ausmalen, wie das in der Zukunft aussehen wird. Die Funktionen werden nach und nach erweitert, da werden dann hochauflösende Displays dazukommen mit Wetter, Internet, Banking und so weiter. Und irgendwann hat jeder so einen elektronischen Butler, der dann alles mögliche kann und wahrscheinlich sogar kochen. Und ich bin sehr beeindruckt, aber man muss es auch wollen, denn das Gerät ist sehr präsent und auch nicht dafür gemacht, dezent in einer Ecke zu stehen, sondern genutzt und auch eingebunden zu werden. Deswegen hat sich Ecovacs vermutlich auch die Dienste von Jakob Jensen Design gesichert, die ja schon für Bang und Olufsen entworfen haben. Der Kaufpreis wird natürlich nicht jeden ansprechen, das müsst ihr selbst wissen. Geld in eine gute Luftqualität zu investieren, macht natürlich total Sinn. Und wer das dann in jedem Zimmer gleichermaßen haben möchte und die Luftfeuchtigkeit auch regulieren will, der landet dann irgendwann beim Airbot Z1. Solltet ihr dazu noch Lust auf die Technik der Zukunft haben, dann seid ihr mit diesem Modell genau an der richtigen Adresse und habt einen außergewöhnlichen Haushaltshelfer. Ja, wie ist eure Meinung über den Airbot Z1? Was sagt ihr dazu? Zu dem Preis könnt ihr euch das vorstellen. Ich sage mal, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.